Hey Leute und herzlich willkommen hier auf Lindag zu einem weiteren Part 2 Rock. Und ich hoffe, ich hoffe es einfach, dass wir es jetzt echt langsam durchspielen werden. Ja, es versteht mich nicht falsch, es macht mir echt Spaß. Aber langsam, aber sicher, genügt es mir jetzt auch. So, auch wenn ich jetzt erst die Steuerung kapiert habe, dass man anscheinend hier so strafen kann und dass man dadurch schneller wird. Ich wollte jetzt echt gerne wissen, wo es lang geht. Was ist denn das? Wo es lang geht? Ich habe echt keine Ahnung. Keinen Plan. Wir haben ja das letzte Mal diese Bonus-Dinger da noch gemacht. Und... Ja, aber was ist denn das? Was bringt mir denn das da oben? Abschießen kann ich es nicht, es ist halt... Ja, es ist halt einfach da. Da ist doch eine Plattform, oder? Ha. Oder hier, man nimmt einfach einen Weg, einen regulären Weg. Sehr schön. War dann doch nicht allzu lange zum Suchen. Zack. So, Leute, jetzt lassen wir mal hier durch. So, aber wir wollen natürlich, wenn wir schon hier sind, möglichst alles abgrasen. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Dann in der Mitte irgendeine Arena. Eine Boss-Arena. Hm. Wir werden es gleich herausfinden. Was vibriert denn hier so? Irgendwas... Ich kann hier nicht weiter. Unsichtbare Wand. War eben eine unsichtbare Wand und wollte mich runterschieben. Nee, nee, nee. So nicht, Freunde. Zack. Fünf Tech-Pfeile. Wie fahren wir denn jetzt? Zehn. Das ist doch gar nicht so übel. Wie komme ich da jetzt rüber? Ah, hier. Oh! Oh! Gott verfickte Kacke. Sorry. Sorry. So, jetzt aber. Und jetzt? Was denn du? Hey, du oben bist. Bist du schon fertig? Schon Feierabend mit dir hier. Alte Gesichtsburke. Ups. Achtung. Bam! Gibt das einen Double-Kill? Jetzt hör auf. Lass mich in Frieden. So. Arsch. Was ist denn das eigentlich? Keine Ahnung. Ah. Uh! Oh! Ich bin so unvorsichtig. Das gibt es nicht. Ich spiele echt nicht besonders gut. Ich weiß. Aber. Ja. Mir fällt leider keine Begründung ein. Was das rechtfertigen würde. All diese Sprungpassagen. Die sind echt knüppelhart hier. Ah! Na endlich. Puh! Puh! So. Und es geht wieder in einen Lift. Mal sehen, wie viele Lifts hier noch gibt. Hi! Ach, die brauchen wieder ewig. Bist du tot? Immer noch nicht. Sehr schön. So, bitte. Jetzt geht drauf. Lass mich in Frieden. Lass mich endlich den Chef hier killen. Von eurer Rappelbande. Tschüss. So. Und ein nächster Level. Ein nächster Level. Ein nächster Spaß. Wer will nicht? Wer hat nochmal? Nein. Wieder alles verwinkelt. Verwinkelt und verzwackt. Was? Lift, exit, exit, 1. Effekt, exit, exit. Da waren wir doch schon. Jetzt stirbt doch. Hier waren wir doch überall schon. Und. Oder? Nee, hier waren wir noch nicht. Ich hab keine Ahnung. Also hier waren wir noch nicht, aber... Ich... Ich weiß nicht mehr, wo ich noch hin muss. Hör doch mal auf, auf mich zu schießen, du Arsch. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Nix. Ja. Hört auf. Lass mich in Frieden. Hört auf mich an, zu rotzen. Ich hab das Gefühl, wir sind wieder vollkommen verkehrt. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Zwei Hälfte. Ich bin beeindruckt. 63 ist halt auch nicht so die Welt, ne? Nee, noch was? Auch noch ein bisschen was. Für die Genesung. Für die Gesundheit tun. Und schwimmen gehen. Sehr gut für Kreislauf. Für Kreislauf sehr gut. Wie komm ich jetzt da hoch? Sag mir mal, wie komm ich da hoch? Hilf mir mal. Keine Ahnung. Nimm es doch mit. Jetzt geht's nicht mehr. Jetzt sind wir da randvoll. Tja, hier geht's echt nicht weiter. Das einzige, was wir bekommen haben, wir haben ganz viele Gegner dazu animiert, zu spawnen. So, dann müssen wir wohl hier lang, oder was? Nee, das ist doch schwachsinnig. Geh mal halt mal hier lang. Was soll's. Vielleicht geht's hier lang. Also hier waren wir auch noch nicht. Hier waren wir doch auch noch nicht. Jetzt schafft er das wieder nicht. Muss ich wieder seitwärts laufen. Oder? Ja. Seitwärts laufen ist des Rätsels Lösung. Also, wer das erfunden hat. Ich meine, ich kenne mich ja nicht aus, aber beim Sprint würde ich jetzt nicht seitwärts laufen. Ist man da wirklich so viel schneller? Da gibt es Sinn. Hier ist aber nichts weiter. Hier ist noch ein bisschen Muni gewesen. Das bedeutet, wir müssen da hinten irgendwo lang. Vielleicht ist es ja Access 1. Level 1. Das ergibt aber keinen Sinn. Wir benutzen ihn mal. Wir benutzen ihn. Ja, hier waren wir ja, oder? Nee, hier waren wir noch nicht. Die Karte verrät, hier waren wir noch nicht. Meh. Ich bin in Frieden. Du Stabhirnchen. Hi. Na gut, dann nehmen wir mal die Waffe hier, die uns empfohlen wird. Warum kann ich die nicht auswählen? Ich verstehe das nicht. Jetzt. Erst dreimal überspringen. Bäm. Ist das verwirrend. Das ist so verwirrend. Echt, Leute. Echt kein Plan, wo ich jetzt hin muss. Oh, ein Speicherpunkt. Das ist schon mal gut. So. Nehmen wir mit. Nehmen wir hier unten den leeren Platz. Möchtest du dein Spiel wirklich speichern? Nein? Haben wir doch gerade. Doch, auf mit dem Mist. Was soll denn das? Ich gehe jetzt hier runter. Ich will jetzt hier runter. Hier gibt es nichts. Hier unten ist nichts. Lass mich hier in Frieden. Hä? Das ist ein Rundweg. Wollte mich verarschen. Das ist jetzt echt nur ein Rundweg gewesen. Damit ich immer speichern kann, oder wie? Ne. Hier. Oh. Zum Glück bin ich hier wieder weggerannt. Lass mich hier in Frieden. Hör auf, auf mich zu schießen. Auch wenn es dein Job ist. Wir müssen hier ein bisschen in Frieden leben. I'm the peacemaker. Wo ist denn hin? Krass. Die hauen aber echt voll rein. Wenn ich hier noch irgendwo lang tauche. Stirb. Was bist du? Eine Krabbe. Hä? Wo denn? Das muss ich von überall. Okay. Jetzt sind wir nochmal ganz woanders. Jetzt sind wir tatsächlich nochmal ganz woanders. Jetzt kommen sogar nochmal neue Gegnersorten. Und wir sollen anscheinend mit Granaten umgehen können hier. Sonst würden wir nicht so viele kriegen. Na gut. Dann nehmen wir mal halt mal Granaten. So. Dann gehen wir mal hier lang. Scheint richtig zu sein. Oh, ich kriege einen Drehwurm. Der wird echt langsam schlecht. Was? Ich kriege einen Drehwurm. Oh, Leute. Leute. Die Granate ist abgeprallt. Nimm mal die Waffe wieder. Und nein, ich bin nicht motivationslos. Ich möchte es aber jetzt. Ich habe den Ehrgeiz, es jetzt auch durchzuspielen. Jetzt noch. Jetzt soll das endlich hier mal. Und ich muss auch sagen, das Level-Design hier, ich finde das lässt ein bisschen im Spiel nach. Also die Anfangslevel sind richtig geil gemacht. Muss ich echt sagen. Krass. Und das hier ist doch jetzt eigentlich wirklich nur noch ein Schlauch am nächsten Greit. Hm. Hätten sie doch nochmal sowas machen können wie am Anfang. Die Anfangslevel. Die wären doch geil gewesen. Hier. Man geht eigentlich nur noch diesen Tunnelweg lang. Aber jetzt möchte ich echt wissen, wie es ausgeht, das Spiel. Also ich bin keiner, der dann irgendwie aufhört mit einem Spiel. Das finde ich sowas nicht doof. Wow. Wartet mal, Jungs. Ich habe da was für euch. Bitteschön. Bitte. Du hast noch einen auf den Deckel. Ich bin hier anscheinend relativ sicher auf dem Teil. Geringe Rüstung. Das ist aber schlecht. Na, du bist. Da bist du. Bäm. Krass. Und hier kriegt man nochmal alles. Jegliche geile Waffen kriegt man hier nochmal. Da gehe ich jetzt auch nochmal rein. Aber das haben wir schon gemacht. Drum heißt es wieder raus. Die Waffe habe ich gar nicht benutzt hier im ganzen Spiel, ne? Krass. Jetzt geh doch endlich drauf. Du hässliches Vieh. Wir verpissen uns einfach. Wir sind feige. So. Man darf auch mal feige sein. Muss mich mal einen Dicken raushängen lassen. So. So. Woher kam ich hier her? Ich weiß es gar nicht. Ne. Ne, ne, ne. Wir müssen wahrscheinlich hier oben lang. Oder? Kamen wir hier doch her? Ich glaube, wir kamen hier her. Sonst würde doch die Karte nicht schon aufgedeckt sein. Ja. Hier kamen wir her. Äh. Ist hier drüben noch irgendwas? Oh Gott. Das ist jetzt nicht nur irgend so ein Bonus-Ding. Ich glaube, das ist wirklich nur irgend so ein Bonus-Teil. Äh. Ja. Leider Gottes wird es das sein. Und hier noch irgendwie rein? Ne. Ne, ne. Dann müssen wir hier wieder weg. Und diesen illenlangen Schlauch wieder zurücktrampeln. Das Problem ist, ich habe eben auch keine Nostalgie-Schwärme hier von dem Spiel, weil ich das halt damals nicht gespielt habe. Für mich ist es eben wirklich einfach blind jetzt. Und. Waren wir da schon? Das ist doch dasselbe. Gott. Das ist doch genau dasselbe, die Jungs. Ja. Das ist genau dasselbe. Und das ist wirklich sehr alt, Buckness-Level-Design. Ich bin gerade. Oh. So kommt mein Chat auch hoch. Aber wir werden es jetzt durchzocken. So wie gesagt. Plus, wenn ich wüsste, wo es Ende ist. Da oben. Wie komme ich da hin? Ich vermute mal, wir sind dann doch richtig hier irgendwie. Wir müssen uns da hochbeamen. Ist das möglich? Vielleicht ist hier noch ein anderer Weg da. Da hinten muss ich mich bestimmt droppen lassen, oder? Nee. Ich verstehe es nicht. Ich meine, oder, aber haben wir das denn? Nee, das haben wir doch alles schon gemacht. Ich verstehe es nicht. Leute. Das ist doch wohl hier nicht die Möglichkeit. Lasst mich in Frieden, ihr blöden Krabbenviecher. Oder ist hier unten. Die sind ja schön langsam, auf jeden Fall. Hier ist halt nur diese eine Röhre. Eine andere gibt es hier nicht. Aber jetzt, wo wir es wissen, können wir natürlich einfach ein bisschen schräg laufen. Und sind dadurch doppelt so schnell. Ich raff es nicht. Ich raffe es halt nicht. Gibt es hier noch irgendwas? Nicht, dass ich wüsste. Da kann man nur wieder in das blaue Teil reinhüppen. Aber das bringt mir ja auch nichts. Ich meine, wir haben ja irgendeinen Abspeicherpunkt gefunden. Und irgendwas, damit muss es auf sich haben. Den werden sie ja nicht ohne Grund dahin gemacht haben. Das heißt ja, wir sind ja auf dem richtigen Dampfer. So. Jetzt ist die Frage. Was bringt das, wenn ich mich hier droppen lasse? Nichts. Wir müssen irgendwie da hoch, wahrscheinlich. Irgendwie. Müssen wir da hoch. Ihr gebt auch nie auf, oder? Seid ihr jetzt nicht endlich leid, immerzu zu sterben? Oh, jetzt ist mal wieder der Blaue. Hier rechts waren wir ja noch nicht. Vielleicht ist das der richtige Weg. Oh. Krabbenmus gibt es heute nicht. Kein Bock auf euch. Da verbratze ich nur meine Muni. Und das will ich nicht. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Oh. Lass mich hier frieren. Wir kriegen auch zwei in Verzürstung. Die hatten wir noch nicht. So viel hatten wir tatsächlich noch nicht. Ach, das ist das, ist das das, wo wir uns... Da. Das ist das. Jetzt müssen wir uns hier droppen lassen. Sehr schön. So. Ab in den nächsten Abschnitt. Und wir speichern wieder ab. Kontrollpunkten. Wir fallen wieder in irgendeine... Was ist denn das? Das tut mir weh. Mal war durch. Was soll das? Ach, ich werde eh wieder runterfallen. Hey. Ich bin Turok. So. Mal. Stehen schon die nächsten Dösbittel. Ist der tot? Er ist tot. Hier gibt es keine. Hier gibt es nur Granaten. Granaten für Granaten. Arschlöcher hier. Hi. Das Geile ist auch, die bewegen sich nicht, ne? Die bleiben einfach stehen und warten wirklich drauf. Dass sie abgeschossen werden. Ihr gönnt es mir aber auch nicht mal so ein bisschen was Schönes zu bekommen. Was ist denn das? Was solltet das denn darstellen? Es geht bergauf. Sehr schön. In irgendein... Independence Day Laser. Was habe ich jetzt davon? Mhm. Schön. Keine Ahnung. Was habe ich davon? Ach, hier. Könntest du wieder eine Waffe nehmen? Turok. Irgendeine Waffe wäre jetzt nicht... Nicht verkehrt. Ah, hier ist noch ein... Noch so ein Beam-Teil. Aber erst mal knallen wir die ab. Nein, da ist doch jeder... Ach, hier in der Granatenwerbe, wo ich die sinnvollste... Waffe... Jo. Ähm, ja. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier einfach wieder hoch. Oder? Was? Er... Geht nicht hoch, oder? Geht doch. Geht er hoch. Er geht hoch. Ziemlich langsam, aber er tut's. Komm schon. Ah. Müssen wir da in die Mitte? Boah, was ist denn das für eine Waffe? Kriegt man hier echt am Schluss noch eine neue? Krass. Also noch langsamer kann das aber auch nicht machen, oder? Ich habe das Gefühl, so komme ich da trotzdem nicht rüber. Ne. Kein Plan, wo ich jetzt hin muss. Keine Ordnung. Warte mal, wir kamen von hier unten. Das heißt, wir gehen mal da drauf und dann gehen wir den Weg da. Sag mal, bin ich so fett, oder was? Das dauert ja ewig hier. Menschen-Skinners. Und jetzt? Bin ich hier richtig? Nein. Fall mal um. Oh, oh. Äh, neun. Neun heißt das Zauberwort. Die Zauberzahl. Ach, komm. Geh weg. Lass mich einfach dran vorbei. Müssen wir eh nicht mehr rein. Also ist das normal, dass es so langsam geht? Ach, ich kann springen drücken, dann geht's schneller. Okay. Hier waren wir gerade. Dann drücken wir ja nochmal springen. Geil. Jetzt können wir doch da in die Mitte springen, oder? Wuhu. Ach so, ja, stimmt. Schräg springen war das Zauberwort. Also. Hä, halt. Genau so. Fusionskanone. Oh, oh. Und jetzt? What's now? What's next? Da hoch, oder was? Gekonnt, ja hochgesprungen. Aber hier geht's auch nicht weiter. Hm. Keine Ahnung. Da oben geht's weiter. Da haben wir es mal hin. Shit. Bin ich wieder runtergefallen. So. Hier, aber wir haben auch nur zwei Schuss. Also es scheint irgendwas Besonderes zu sein, was wir hier bekommen haben. Komm. Yeah. Und weiter hoch. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Genau. Oh, oh. Laserschranken. Die tun weh. Mir egal. Ich bin Turok. Ich halte das aus. Guck nicht so blöd. Ist hier noch was? Oh. Da. Na gut, Leute. Aber ich beende den Part. Und ich hoffe, das nächste Mal werden wir es dann endlich mal schaffen, das Level hier. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Hier auf Lindahack. Mit Turok Remastered. Bittesch. Bittesch. Ich bin Turok.